ok dann mal auf zur satt war hoch eben wissen die nein 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 erste aufgabe des jeans da oben hin okay dann gehen wir da mal hin gift ring ne brauche ich nicht brauche kein gift ring komm ich denn da hin was hat den phasen bestie der kapitel schon von alleine dann rennen doch weg schreien der geschwindigkeit hier muss auch ein paar bei den affen hier den heitrang nehme ich aber mit hier so komm ich da hier hin felsen nichts drin truhe 17 gold stücke immerhin schädel mit heiltrank hohen haufen kohle mein gepäck ist schon wieder komm mal her huni eben bisschen aufräumen kann das ding was ich weiß gar nicht gesehen naja gar nichts weg damit dual keulen hammer weg stufe 33 das ding kann ja gar nichts ok hat panzer nehmen wir so aber kann der gürtel nix besonderes tu mal weg was hat denn hier 37 zweihändig brauche ich nicht pistole brauche ich auch nicht körperpanzer kann nix also weg ein verzauberter gürtel was bringt der denn ja der bringt was nehmen wir mit so hier eine axt brauche ich nicht 205 schaden weg damit kann auch nix kann auch nix taugt auch nix auch nix einzigart einer streitkolben habe ich auch nix habe ich jetzt meine waffe irgendwie weg gemacht habe ich jetzt meine achse irgendwie verkauft oder was wie das denn 187 161 36 scheiße der hat meine achse irgendwie weg gemacht nehmt nehmt man das ding auch nochmal eben mit ich habe dummerweise meine achse anscheinend hier mich verkauft zweihändig zweihändig 187 187 äh hab ich wohl irgendwie äh verpennt naja macht nix ich habe jetzt eine andere wumme verreichen feld leinen wüsste leinen wüsste verschlossene truhe verschlossene truhe toll habe ich kein schlüssel für so aber dann mal hier erste aufgabe des jeans ein heiltrank welche stufe bin ich jetzt überhaupt 29 ach du scheiße das ist aber 31 bis 34 das ist eigentlich viel zu schwer da müsste ich eigentlich noch ein bisschen erstmal hier ähm erforschen kettenfäuste leinenweste kann man alles verkaufen oh was hat er für eine bobelige falle ich gehe da einfach mal rein so schlimm kann das jetzt auch nicht sein wie man ja sieht ich hole dir so um oh ok ach du ach du oh man komm hau den um meine fesse ey ah das ist eine blöde falle ey das sind ja auch so komische äh Viecher hier so darf ich jetzt ein bisschen aufsammeln stiefel heiltrank mannertrank lampe der wunder quest abgeschlossen schultern mannertrank elektrozweig das auge von aruk heiltrank heiltrank und eine truhe ah ja so blöde falle ey das ist noch einer ein überlebender ja super wird noch eine fressfalle ey geh doch weg ein kurzstab ja drecksfallen so so hätte man schon mal die erste aufgabe erledigt warte mal ist hier noch irgendwas naja da ist nichts mehr ok können wir wieder rausgehen mhm hätten wir das also auch und viel tränke habe ich eigentlich noch mal eben gucken 192 ja reicht doch hier ist ein schädel heiltrank so ich würde mal sagen ähm machen wir mal naah schon wieder so kackdinger hier scheiß fall ne komm ich nochmal weg hier durch ja würde ich mal sagen gehen wir mal hier die anderen quetzner eben ab ob die noch so offen ist wer ist er denn rechter der vezier ist ich geh mal eben da weg sonst seh ich nämlich nichts mehr den ganzen den Koi ne so einer weniger jetzt bist du dran so kommt mal her brauche ich mir Überblick so hier mannertrank heiltrank schenkelknochen und eine maske des vezieres ist nur einer abschut achse zack name eh hoplon mannertrank knochen laufen nix drin felsen noch ein heiltrank ok so einfach schon mal einen dann ähm suchen wir nochmal die anderen dinge ab nicht euch Viecher hier ohne nix drin dann ein paar rotzviecher dann ein paar rotzviecher hier ist auch noch so ein komischer Typ äh Typ Typ so dann gehen wir mal zu den anderen leuchtenden punkten dahin was ist er denn hier weg so da ist nämlich noch eins schiffsfriedhof wer kommt jetzt denn schon wieder so ein scheiß wirbelsturm nebentypen hier platt machen so wer ist er denn richter der könige richter der könige coin hammer heiltrank soo hätten wir den auch schon mal jetzt haben wir da unten noch einen das hat einer oder muss ich dann woanders hin quest die tapferen ne das glaube ich auch nicht da muss ich nämlich zurück das machen wir mal nachher erstmal gehen wir jetzt hier erstmal machen wir die kisten kaputt ok ging ja grad aufm weg heiltrank nehmen wir mit hier weg was hat denn ey geh weg so hier haben wir noch Felsen hier heiltrank mitnehmen noch ein paar skelettis hm ok das ist mein Viech ein goldener Schlüssel hm das ist doch bestimmt ein Schlüssel für die äh für die Truhe die wir vorhin irgendwo gesehen haben was ist er denn heiltrank geht doch weg lass mich doch in ruhe so stufenaufstieg schädel soo hier haben wir den nächsten schädel dann wir das Vielen Dank.